so ihr lieben hier meine kleine tanzeinlage wie kannst du denn als mann die balance finden zwischen entspannung und führung darum soll es heute gehen und tatsächlich bin ich jetzt auf dieses wunderbare bild gekommen weil ich in meiner facebook gruppe frauen glücklich machen das thema hatte und da ganz viele männer halt das beschrieben haben es ging eigentlich um die frage ob sie zum orgasmus kommt oder eigentlich ging es um die frage ob sie zum orgasmus kommen will beim sex und dann kam raus dass sozusagen eine balance ist also es soll keine pflicht sein aber es soll eben auch sozusagen um den moment gehen ja beides und deswegen weil ich weiß dass ja ich sage es ja selber so ja dass der mann die führung hat und gleichzeitig aber entspannt dabei ist möchte ich da noch mal mich genauer mit befassen so also wenn das deine themen sind dann gib mir gerne ein abo und schau dich auch mal auf meinem kanal um ich habe mittlerweile ich meine über 150 videos zu den themen und ich mache gerade eine woche wo ich jetzt jeden tag ein neues video mache mal gucken wie lange ich das hier durch halte auf jeden fall heute geht es eben um diese balance und vielleicht ist das bild von dieser balance auch falsch sind denn es geht ja es geht ja auch darum dass wenn du die führung erinnerst dass du dabei entspannt bist ja und der wichtigste punkt der mir dazu einfällt ist natürlich dass es darum geht dass du nicht so krass im kopf bist und so ein mega plan hast und gar nicht wahrnimmst also weil es so jetzt mal ja sie muss jetzt kommen oder ich muss jetzt kommen oder ich darf noch nicht kommen ich muss erst ganz lange stoßen um dann zu kommen ja dass diese gedanken dazu führen dass du dich eben verkrampft und auch gar nicht im moment bist und wir frauen wir spüren dass oder wir riechen dass auf 100 meter ja das heißt sie wird das merken wenn du da so einen inneren druck und inneren stress hast und dann kannst du ja mal so in deinen körper so rein spüren wo ist der stress bei manchen männern ist der stress im kopf und dann sind sie sozusagen eher im körper oder ist der stress im bauch also da kannst du mal spüren wo dein deine problemzone ist sozusagen und da mal beim nächsten mal selbst darauf achten und dann einfach atmen also hat man ist ja so eine methode die kannst du immer anwenden ja wenn du gestresst bist also dein dein bewusstsein auf deinen atem zu legen und wirklich wenn du atmest in den bauch also beim einatmen den atem in den bauch zu ziehen dass der bauch größer wird und dann beim ausatmen wieder es rauszulassen so und das kannst du ein paar mal machen und dann eben bei dem was du machst wenn du was machst ich mache es ja auch nichts aber wenn du was machst wirklich spüren also denn sozusagen deine wahrnehmung auf deinen körper auf deine haut fokussieren wohl fokussieren passt ja auch nicht aber sozusagen auf den körper verteile so dass du da mehr erlebst und im moment bist und auch hörst was weiß ich wie sie stöhnt oder was sie gerade für geräusche von sich gibt und dann eben deine wahrnehmung verfeinerst so dass sie dass du sie dann mehr mitbekommt ja und aus diesem entspannten zustand den du dann hast dann gibst du sozusagen ab und an impulse rein also führung zu übernehmen heißt nicht ständig alles zu kontrollieren und ja wie soll ich sagen dem freien fluss des miteinander spielen ist gar keinen raum zu lassen ja führen heißt ab und zu eben impulse rein geben die dann sozusagen ihr den weg zeigen oder ihr eine idee geben was jetzt als nächstes passiert und vielleicht hilft ihr das ja weg von diesem riesigen ja von viele männer erleben das als belastung ja dass sie das alles managen müssen und so weg von diesem riesigen paket hin zu dem ja führung ist doch impulse ab und zu rein geben das ist einfach so eine neue inspiration für sie weil sie wünscht sich überraschung spannung neue gefühle und möchte sich ausdrücken ja und das kannst du halt wunderbar begleiten wenn du das ab und zu eben ihr was neues neues reingepft. Bis dann.